Ja, Moin Pyros, wir sehen hier schon mal das Glücksrad. Ich habe hier alles eingetragen an den Gewinner. Ich hoffe, ich habe auch keinen vergessen. Ich klicke einfach mal drauf. Der Gewinner meldet sich bitte bei Insta und zeigt mir einen eindeutigen Beweis, dass sich dabei wirklich um ihn handelt und dann natürlich auch die Adresse. Und gewonnen hat Sono oder Zono Peria. Ich hoffe, man spricht das so aus. Also, wie gerade gesagt, melde dich bitte bei Instagram bei mir. Schreib mir dann, oder schick mir erstmal den eindeutigen Beweis, schreib mir dann die Adresse. Und ja, am besten noch, mit was das fast sendet werden soll. Weil Hermes habe ich ja immer so ein bisschen Probleme. Wahrscheinlich wie alle anderen. Ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gewinn und bis zum nächsten Mal.